Hallo zusammen, mich hier ist wieder heute, und herzlich wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Video im WoW präsentieren. Heute will ich euch einen kleinen Trick hier auf dem Dunkelmund-Jammarkt zeigen. Und zwar gibt es mittlerweile ja wieder diese Berufsquests auf dem Dunkelmund-Jammarkt. Die sind dieses Mal hier in Dragonflight besonders interessant. Nicht, dass ihr die einmal überseht, und zwar bringen die uns einen Haufen Zeug, das uns für die aktuellen Berufe hilft. Und zwar können wir uns das mal angucken. Ich habe jetzt hier schon ein paar Sachen geholt gehabt. Und ihr seht, wenn ich das abgebe, dann kriege ich hier zwei Fertigungspunkte, also zwei Skill-Punkte für unseren Beruf. Ne, hier unten, da sind die Skill-Punkte, genau. Hier zwei Punkte dementsprechend mit dem, was wir, also jetzt quasi keine Punkte, wo wir skillen können, aber einfach Punkte, wo wir dementsprechend im Beruf allgemein höher sind. Dann gibt es Eifer des Handwerkers und hier so ein paar Dunkelmund-Jammarkt-Stuff, was uninteressant ist. Das gibt es für jeden Hauptberuf. Also ihr könnt für Lederer, Schmied, Bergbau, müsste, weiß ich gar nicht, ob Bergbau auch gibt, aber auf jeden Fall Inschriftenkunde, Alichi und so weiter. Also das rentiert sich auf jeden Fall. Das können wir jetzt hier mal abgeben. Und dafür müsst ihr eigentlich immer bloß einmal zum Dunkelmund-Jammarkt hingehen, dementsprechend eure Berufe haben und dann könnt ihr diese Quest annehmen. Braucht ein paar Matts, die ihr nicht auf dem Dunkelmund-Jammarkt findet, wie zum Beispiel einfach irgendeinen Mail für die Kochquest. Das findet ihr in der NSW oder in der Ogrimma beim Kochlehrer. Oder ihr braucht beim Lederer, habe ich jetzt einen Faden gebraucht, den man einfach beim Schneider- oder beim Lederer-Händler findet und ein paar Farbstoffsachen bzw. so ein Schmuckstück, das kriegt man beim Angellehrer. Und so ist das bei jedem Beruf. Könnt ihr dann dementsprechend euch ein paar Skillpunkte holen bzw. euch dann auch ein paar Punkte hier in eurer Leiste. Ich hätte jetzt früher auch dazu Skillpunkte gesagt, aber mittlerweile muss man ja unterscheiden zwischen den Skillpunkten, die man jetzt hier hat und quasi den Punkten, die man jetzt hier einfach für den Beruf hat, um den hochzuleveln. Sagen wir es jetzt mal so, dass man es unterscheiden kann. Dieses Eifer des Handwerkers ist auch ganz nice, das braucht man ja für einige von den teureren Rezepten bzw. um diese Handwerksmaterialien herzustellen. Das Ganze gibt es dann übrigens auch für Kochkunst, da habe ich mir jetzt auch schon die Sachen geholt. Dafür braucht man unter anderem das Mehl, also wenn ihr das habt, dann könnt ihr das hier auch abgeben. Achso, das war jetzt die Angelquest, für die gibt es das auch. Da gibt es jetzt keine Skillpunkte, weil es da keinen Skillbaum gibt, aber zumindest Fertigungspunkte. Und jetzt muss ich hier noch irgendwo in so einen Topf Stuff reinwerfen und dann kann ich euch das für Dings auch einmal zeigen, für Kochkunst. Ah ja, hier müssen wir das einmal reinwerfen. Und dann seht ihr, wo haben wir den Typ? Ah, da hinten müssen wir es abgeben. Das ist glaube ich beim selben sogar. Für Kochkunst gibt es das auch. Angeln habe ich auch gemacht. Einfach um die drei Punkte zu kriegen, muss ich weniger angeln, um das irgendwann mal hochzukriegen. Ihr seht, da Kochkunst haben wir dann auch einfach die Fertigungspunkte. Also da gibt es ja auch leider keinen Skillbaum, aber zumindest kommt ihr ein bisschen höher. Denn die meisten Berufe in Dragonflights könnt ihr so bis 50, 60 ganz bequem nochmal skillen. Und für alles drüber hinaus braucht ihr, wenn dann irgendwelche krassen Epic-Muts, die sehengebunden sind, oder halt seltene Rezepte. Und da ist das mit diesem Dunkelmundjahrmarkt eine ganz fixe und angenehme Sache, um einfach ein, zwei Dinger noch mitzunehmen. So, hier beim Pferd, den müssen wir dann einmal Hufen anlegen. Dafür als Schmied muss man quasi einfach nur einmal zu einem Amboss, kann das Zeug umwandeln. Und dann gibt es hier auch wieder die, ja, Fertigungspunkte heißen sie. Da steht es ja sogar dran. Und quasi das Schmiedewissen, das sind quasi die Skillpunkte. Können wir auch abgeben. Und dann habe ich auch bei Schmiedekunst, halt, wo haben wir es hier, ein paar mehr quasi Fertigungspunkte und ein paar mehr Skillpunkte. Müssten wir jetzt auch haben. Genau, hier sind wieder drei drin, kann ich wieder irgendwas Nettes gehen. Das war es eigentlich schon, was ich euch zeigen wollte. Für die Leute, die jetzt vielleicht neu in WoW dabei waren und noch nie beim Dunkelmundjahrmarkt gewesen sind, kann ich euch zeigen, wo ihr den findet. Den haben wir einmal in SW, beziehungsweise vor SW bei Goldshire, hier auf den Koordinaten 42,68 in Elvin. Und bei der Horde könnt ihr einmal hier unter Donnerfels rein. Da haben wir den Dunkelmundjahrmarkt-Buff. Ihr seht das dann auch immer schön auf der Map. Etwa hier müsste der sein. Bei der Horde bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Irgendwo hier so in dem Bereich, ich denke mal, so 37, 35 müsste das Portal sein. Könnt ihr einfach durch ein Portal gehen. Dann kommt ihr hier oben rauf, lauft runter und dann seid ihr auch schon hier. Es gibt auch ein Portal zurück und zwar da hinten. Je nachdem, ob ihr Horde oder Allianz seid, könnt ihr dann das Portal hier benutzen. Kommt dann wieder vor eure Stadt und könnt dann einfach in der Stadt die paar Low-Level-Muts kaufen, um die Quests absolvieren zu können. Der Dunkelmundjahrmarkt ist übrigens nicht immer ab. Der beginnt immer am ersten Sonntag im Monat. Dementsprechend ist er jetzt am 4. einmal gestartet und geht jetzt dann bis zum Samstag, also zum 10. Wenn ihr das irgendwann später macht, das geht dann quasi immer wieder. Also ihr könnt jeden Monat einmal die paar Skill-Punkte abholen, quasi in Anführungszeichen for free. Und ja, damit sind wir am Ende von dem kleinen Video. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich damit ein bisschen weiterhelfen. Eutla, bis zum nächsten Mal. Ciao.